So, hallo Leute, wir kommen wieder zurück zu einer neuen Folge, let's play, äh, Lampe an, Lampe ist da, okay, äh, Amnesia, wir waren da oben fertig, wir haben den oberen Teil des Levels gemacht und wir gehen jetzt hier weiter, ähm, ähm, dann nicht, ich dachte so, why not, aber anscheinend doch not, so, ich hab ein bisschen viel, war jetzt hier nicht versperrt oder so, achso, ja stimmt, hier ist versperrt, ich will mal kurz was nachgucken, options, software, ähm, irgendwo hier, Hey, game, das gibt's nur auf englisch, ne? Ach nee, ja, language, ach, deutsch, da geht doch auch deutsch, super, dann haben wir jetzt, ach, hier ist immer noch englisch, also steht es dann doch auf deutsch, würde mich nur mal interessieren, wartet? Nee, ist das halt doch nicht auf deutsch, oder wurde es nicht gespeichert, doch, na gut, nein, ist halt nicht auf deutsch, wir gehen jetzt hier hin, und gucken, was uns hier erwartet, links oder rechts, wir gehen hier rein, In Untergrund Es lädt Okay, hier geht's in was ganz komisches, was haben wir denn auf der anderen Seite? Entschuldige euch, dass ich mit den Ladebalken, oder mit den Laden hier, ähm, leider ein bisschen nerven muss, aber egal, es geht darum, die Spannung aufzubauen, um Folgen zu haben, das Projekt, ähm, die Länge zu ziehen, Brauchen kurz Licht Will ja wieder normal werden Achso, hier brauchen wir einen Schlüssel für, okay, den Schlüssel wird wahrscheinlich auf der anderen Seite, und dann öffnet sich wahrscheinlich der andere Weg, okay Dann müssen wir hier rein, der einzige Weg noch, der offen ist, und Mal schauen, Ob es hier unten gruselig ist, so, hier machen wir hier das Licht an So Ich höre auf jeden Fall schon mal einen sehr gruseligen Sound Alles klar Alles klar Bitte hör auf Öh? Oh Gott, es geht immer tiefer Das Spiel ist ja doch noch nicht auf Deutsch, obwohl ich es auf Deutsch gestellt habe, ne? Hier seht ihr über Deutsch Weil ich hab ja gesagt, das Spiel geht auf Deutsch zu stellen, und hier hab ich Language Deutsch Drück hier auf OK Und was ist? Nichts, nichts Deutsch Wollte ich nur mal Da ist was Böses im Untergrund Oh, wir haben hier einen Schlüssel Oh ne, wenn wir zurückgehen, wird irgendwas passieren, ich sehe es kaum Was ist das gewesen? Was ist das gewesen? Okay So, wir haben jetzt den Schlüssel für die andere Seite Aber eigentlich würde ich da gar nicht hin, ne? Also wenn ich jetzt die Person wäre, ich, äh, würde das Fenster aufmachen und Hilfe schreien Keine Ahnung Oder mich gar nicht erst in irgendeine Tür trauen, dass ich aufmachen Können wir auch die Lampen hier haben? Ach guck, wir können auch springen Guck mal, die Lampen wir auch haben machen? Ne Ja gut, wäre auch ein bisschen unlogisch, ne? Alter, kann ich so machen? Wie kann ich den Schlüssel jetzt benutzen, um das Ja, Weinkeller Was ist der Weinkeller? Wie nutze ich denn den Schlüssel? Äh, wie nutze ich den Schlüssel denn so? Ach, Doppelklick, okay Hab's raus Auf in den Weinkeller, meine lieben Freunde In den Weinkeller des Grauens Weil mein Gefühl sagt mir, da wird nichts Gutes auf mich zukommen Ich höre was Ich hab hier was gehört Irgendwas nicht freundliches Aus dem Raum hören wir Rasseln Oder daraus Ich höre überall irgendwelche Sachen Oh Gott Äh, ein bisschen gruselig Bevor es noch irgendwas verfolgt Hab ich da was gehört draußen? Aber wir hören die ganze Zeit irgendwelche Sachen Wisst ihr, hier gibt's so viele Räume, ne? Und ich wette, in einem dieser Räume wird irgendwas passieren Hier läuft doch irgendwer Lötel haben wir noch Aber davon haben wir leider auch nicht unendlich Oh Wir wurden erschlagen Wurden gebetet Ich glaub, das ist der Raum, wo ich da nicht zuletzt hin sollte Super Wir schleppen jetzt Steine Wir gucken uns mal kurz wissen, ob da noch irgendwas ist Was ist das? Da füllt mir eine ganze Laterne auf Alter, ist das cool Was haben wir hier? Was ist das? Kann ich mit dem Hammer irgendwie was machen? Wie viel haben wir eigentlich davon noch? Fünf Stück Wir können die Kisten ja auch rausnehmen Vielleicht ist der ja überversteckt, ne? Habt ihr mir ja alle Bescheid gesagt Dass ich hier die Kisten wirklich alle nehmen soll Weil es könnte überall versteckt sein Und ich kann erscheint auch hier die Steine nehmen Auch den Großen hier Aber da scheint jetzt nichts hinter zu sein Und wie schnell denn sein Öl leer geht Geh weg, du Pfosten So Alter Geh weg Nicht dieser Stein Nicht dieser Stein Äh Scherbe, echt irgendwas rasseln Man kann hier auch vollkommen durch die Tür schauen Naja, wir haben hier drin ja Licht Mal kurz wieder aufladen Der Pfosten geht nicht weiter weg, ne? Halt mal Wir müssen ja ein bisschen Platz schaffen Oh, der Stein geht weg Herr Pfosten, können Sie sich bitte mal nach da gesellen? Alter, da ist der Stein im Hintergrund Der Dido ist schon mit der Kinder und die weinen jetzt So So Dieses Kettenrasseln Ich frage mich nur noch, was das ist Und ich stehe immer noch Schritte Die ganze Zeit Da ist irgendwas Und egal, was da ist Wir halten uns jetzt mal fern davon Jetzt kam die Nachricht Da ist ein Gegner Aber ich will den Gegner gar nicht sehen Oh, shit Hier hat vorhin mich irgendwas angebrüllt, ne? Das war genau da Das war genau da Ich bin etwas angespannt Wir haben jetzt irgendwas eingesammelt Wir können jetzt irgendwas Oh, Gott Oh, ich schreck mich nicht so Er entschreckt mich einfach total Was hat unsere Laterne? Half 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 ist noch vollkommen ausreichend Oh, shit Oh, Gott 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 Da ist was ganz, ganz Böses Da ist was ganz, ganz Böses Schnell hier abhauen Schnell Zum Glück hat es uns nicht gesehen Oh, das ist mir ganz groß die Pumpe hochgegangen Oh, ist mir ganz groß die Pumpe hochgegangen Und Und Ach ja, Steam lasse ich mich vollspielen Amnesia, wo bist du da? Amnesia Was schreibt er noch so? So Was ist denn da? Glaubt ihr, wir können jetzt hier irgendwie Irgendwas machen Sag mal, ich wähle das aus Warte mal Man kann was mixen Oh, Gott Ich habe was geengenutzt Okay Wir müssen was machen hier Aber wir können hier Warte Andersrum vielleicht Ich würde wahrscheinlich sagen Ich bin hier voller retard Aber Wir brauchen irgendwas Und du lässt dich auch nicht öffnen, oder? Also ich gehe mal von aus Dass du dich nicht öffnen lässt Also jetzt auch mit meinen Mischungen Okay Das wurde da aber nicht angezeigt Also kann man doch irgendwas machen damit, ne? Ich war jetzt überall Ich will auch noch nicht mehr hingehen Da ist jetzt irgend so ein Vieh Was Böse ist So, ich hol jetzt einmal aus Und wenn davon nichts geht Dann müssen wir gleich doch nochmal runtergehen Okay Wahrscheinlich müssen wir runter zu diesem Vieh Denn da ist noch was ganz wichtiges Ist noch so ein Item Trank Was auch immer Ich glaube ich nur was wir oben machen sollten Oben war ja denn nichts zu finden Dann gehen wir jetzt zurück in den Weinkeller Wahrscheinlich da wo es gerasselt hat Ist wahrscheinlich auch noch so ein Trank Ich glaube ich auch noch so ein Trank Was ist passiert? Es fühlt sich... ... dass meine Brüche... ... zuversen! Mein Gott! Phil hat etwas gemacht! Aber wir sind nicht hier raus. Wie kannst du das sagen? Warte mal, vor euch. Okay, wieder Pause machen. Erstmal in den Schrank gehen. Wir haben eine Aufgabe gelöst. Was sagt Öl? Halb. Okay, wir haben noch was voll. Okay, es gibt auch ein viertes. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das erste Altehaus wir nutzen können. Okay. Okay. Und ganz schnell hoch. Oh Gott, da ist die Tür offen. Da hat jemand die Tür aufgeschlagen. Irgendwie mal, oder so. Die Tür war vorher zu. Das kann mir keiner erzählen. Habt ihr gesehen, ne? Die Tür war vorher zu. Diese Viecher scheinen aber ohne Grund verschwinden und aufzutauchen. Das ist nicht cool. Bei Outlast sind sie mir jetzt nicht unlogisch erschienen. Okay, ich denke. Ah. Wir sind weitergekommen. Ich glaube, jetzt können wir hier irgendeine Mischung hier machen. Ein Wind zieht auf. So. So. Wie war's in der Reihenfolge? Wir müssen sie irgendwie mixen. Wie mixe ich die denn? Oder steht das hier in so einer Notiz irgendwo drin? Also das ist ja das Ziel, was eigentlich wichtig ist momentan. Da steht ja nur, dass hier irgendwas gemixt wird. Also halt Dings. Ein Experiment. Aber es steht nirgendwo, wie viel es gibt, ne? Aber es steht nirgendwo, wie viel es gibt, ne? Wir müssen ein Power-Volket... äh, irgendwann ein Power-Getränk machen anschein. Im Labor. Im Labor. Weinkeller... Ding. Ach, wir müssen jetzt hier rüber, oder was? Gab's da noch irgendwas, was wir tun können? Gab's da noch irgendwas, was wir tun können? Wenn wir steht. G bin, wie viel die? Die haben Angst. Ich bin die, wenn ihr uns optionieren könnt, Wie viel ein Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein. Aha, was gefunden. Aber wir können jetzt hier nichts damit anfangen, oder? Oh, warte mal. Oh, wir können vielleicht hier was machen. Wartet mal. Aha. Hier ist keine Tür, die ich zu der Geweite zumachen könnte, oder? Okay. 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 Ich weiß, dass da irgendwas kommt. Oh Gott, ich bin so intelligent, aber ich hab Angst. Oh Gott, ich hab so viel Angst. Oh Gott, ich hab so viel Angst. Oh Gott, ich hab so viel Angst. Oh, mit dem, mit damit können wir das Ding wegmachen, aber ich hab, ich hab, wir werden nicht so leicht nach oben kommen. Sag jetzt nur mein Gefühl. Ich hab jetzt nur mein Gefühl. Na ganz toll. Das Ding ist kaputt. Gut. Ich hab jetzt gerade wieder Notiz erschrocken. Warte mal. Hier Notiz. Das Ding ist kaputt. Das Ding ist kaputt. Ja, das ist kaputt. Da ist nicht so schön. Das Ding ist kaputt. Das Ding ist kaputt. Ich habe die Schraubung, die Schraubung ist kaputt. Ich komme hier nicht hoch. Und hier können wir auch nicht lang. Was sagt unsere... Oh Gott, unser Öl ist fast leer. Aber eigentlich muss ich sagen, das Spiel hat schon Potenzial, wenn es darum geht, mir Angst zu machen. Ich habe noch keine Ahnung. Wo es weitergeht. Wahrscheinlich bin ich aber nur vital, weil hier können wir nicht lang. Und hier kann ich auch nichts machen. Oder können wir hier trotzdem hochjummen irgendwie. Ich meine, ich weiß nicht, kann ja irgendwie machbar sein, ne? Okay. Keine Ahnung, wo lang? Wenn das jetzt noch so lange dauert, macht wieder so ein Schnelllauf, Dings. Aber nur, wenn das so Ewigkeiten dauert. Hier noch irgendwas zu finden. Also, wir haben jetzt das Ding geschafft zu brauen. So. Aber hier ist nicht mehr, ne? Hier gibt es nichts mehr, was ich noch tun könnte. Aber ich bin grad maximal verwirrt. Okay, den Tränk hier, okay. Können die aber auch nicht zum Einstürzen bringen oder ziehen. Hier ist mein Ding. Hier ist mein Ding. Dürfen wir jetzt etwa bauen hier oder was? Was ist das überhaupt für... Aua. Ding. So, hier können wir jetzt wieder das Ding aufmachen. So. Aha! Prima. Wir haben es geschafft. Ich bin schon stolz auf mich, dass ich das so weit geschafft habe, Leute. Also, das ist echt schon super. Ich bin schon so weit. Ja, und es gibt eine gute Grund für das. Aber du kannst die Lampen jetzt, wenn du möchtest. Was ist die Grund für die Schmerzen, das ist? Bleiben Sie nahe. Sei nicht, dass es nicht schreit ist. Was ist die Grund? Warum ist es so schreit? Begut bitte, Dandor. Es ist wichtig, dass du nicht schreitst und sicher nicht schreitst. Hallo? Ich denke, hier machen wir ab der nächsten Folge weiter. Tschüssi. Hm. Okay, hier sind wir ab der nächsten Folge weiter. Ich habe ein bisschen Schiss jetzt. Ich will mich mit diesem Vieh gar nicht anlegen. Aber wir müssen es leider tun und zwar in der nächsten Folge. Tschüssi. Euer Firetube bei diesem Krankenspiel. Herzlich willkommen. Vielen Dank.